Ein ganz herzliches Willkommen zu meiner Ausstellung Lebenskomposition. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich bin Anke Ruprecht Pusinke und freischaffende Künstlerin. Nach 36 Jahren Tätigkeit als Ingenieurin im Maschinen- und Flugzeugbau genieße ich es jetzt, meine Farben auf die Leinwand fließen zu lassen und dann mit meiner Intuition daraus Bilder zu erschaffen. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020